alles klar, so jetzt gehen wir mal hier gucken ich habe noch hier Punkte nicht vergeben Fertigkeiten, Wendigkeitsrufe weil ich noch übe so ok, das haben wir oh, man kann jetzt sogar mit mehreren Spielern spielen nachdem ich das hier jetzt, diesen Prolog freigespielt habe Fertigkeiten möchte ich auch nochmal? mhm ich durchsuche, ich durchsuche hier noch das, ich durchsuche hier noch das Haus persönlich ich nimm den ganzen Kaffee mit der ist wichtig ich und jetzt kannst du nachdem ich den ganzen Kaffee erstmal gerettet habe so jetzt ist hier irgendwas freigeschaltet und freigespielt jetzt kann ja der Meister mal ran jetzt kann ja der Meister mal ran so ich so ich so 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 zack zack und zack und hü 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 Blümchen. Ich war so vom Rohr fasziniert, dass ich einfach ein bisschen zu weit gerannt bin. Ach. Falscher Knopf. Wo komme ich denn jetzt da hoch? Mist. So, jetzt muss ich hier rein. Wo komme ich hier rein? Öh. Hopp. 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 Ein X. Hopp. Und dieses... Ja, ja. Hopp. Hopp. Und hopp. Ja. Das ist nicht so einfach. Hopp. Ich weiß, ich war klasse. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder logg ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Ich habe es verstanden. Und jetzt zum Problem. Nein. Ja, abzubreaken. Ich muss voll abbreaken. So, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Ich glaube, hier so hoch, ne? Ah, ich habe ein neues Outfit. Wo finde ich denn das Outfit? Ach, ist egal. Habe ich jetzt keine Zeit für. Hallo. Das ist ja schon. Was ist das denn hier? Ah, hier eine Kiste. Ah, Klinge. 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 So. Mal gucken, ob ich, äh, sauer. Tragatag module. Brainy, Her. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. So. Teilteile. Ja, damit. Ach, scheiße. Gut. Jetzt. So, jetzt bin ich in der Sicherheitszone. Wie war das nochmal? Torch, glaube ich. Zack. TV-Torch. Da, Sölf. Sölf. Na ja, und jetzt? Was ist denn jetzt hin? Okay, also. Also. Halt. O. Ah. L. Fertigkeiten. Fendigkeitsstufe. Und dann? Was macht man jetzt? Wie vergibt man das Teil dann? Oder habe ich das jetzt schon vergeben? Ah, ich habe ja null. Dann habe ich das jetzt schon vergeben. So, dann gucken wir nochmal. Zurück. Ach, hier. Was haben wir hier? Aufputschmittel oder... Rucksack. Rucksack. Oder aufputschmittel. Ich glaube, Rucksack ist wichtiger. So. Dann haben wir mal Rucksack genommen. Jetzt habe ich doch hier irgendwo... ...neue Klamotten. ...volle Klamotten. Vielleicht unter Entwürfe. Hehehe. Hehehe. Nee. ausgerüstet auch nichts vollstrecker aber wo ist jetzt diese Klamotte? das nervt auch nicht keine Ahnung vielleicht hast du das ja automatisch angezogen ich geh jetzt einfach mal davon aus ich find das jetzt nicht so hey wahrscheinlich aber nicht gut, dass sie sich hier schon gegenseitig verprügeln wir brauchen dich leben du Idiot ok wir gehen rein begeb dich zufertig brecken lena vielleicht kannst du es ihm ausreden jade wen hast du dabei? geil crane hör mal brecken du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen wir finden einen anderen Weg ohne dein Leben zu riskieren stimmt's crane ich geh ich mach's genau ja crane kann gehen er macht das gerne himmel nichts für ungut aber du bist ein grünschnabel du kannst nicht crane schafft das er weiß wo er hin muss lena hat recht du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rhys gehen ja in Ordnung gut viel Glück crane jade auf ein Wort klar bricht zum Kessel auf ich melde mich dann passen sie auf da wäre auch noch etwas anderes Crackens Verletzung ist ziemlich ernst ernster als er es die Leute wissen lassen will er ist am Kopf getroffen worden und seitdem hat er Krampfanfälle und ich hab kein Lora Trax das hat wohl niemand mehr als die Seuche ausbrach wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt es gibt schon seit Wochen keine mehr ja, das stimmt woher wusstest du das? was soll ich machen, Lena? in der Stadt gibt es einen Mann namens Gazi er hat sie allerdings nicht alle beisammen seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt sie starb vor zwei Jahren aber Gazi tauchte weiter in der Apotheke auf um das Mittel abzuholen Erzi braucht seine Routine er kann da sehr beharrlich sein also hat er es bekommen du vermutest er hat das Zeug gehortet? falls nicht weiß ich nicht woher wir sonst welches bekommen sollen Erzi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht er würde das nicht verstehen Gut, gut so weit jetzt halten sie Tee um die Fährte aufzunehmen suchen sie nach Gazi's Versteck